Ich bin in Wetzlar geboren, Deutschland. Ich wurde die Kamera einer der größten Fotografen der Geschichte. Glück? Ja. Denn ohne es hätten weder ich noch er so viele Kämpfe überlebt. Bei jeder Reise wurden die Koffer gepackt, die Objektive verstärkt. Wir verbrachten Monate an der Front. Der Fotograf lebte mit den Soldaten und wie ein Soldat. Wir registrierten alles. Er hat stets das Fotografien gelebt. Er lebte es auch dennoch, als das Tönen der Kalaschenpuffs sich als unerträglich erwüns. Er wollte raus. Er hat es nicht geschafft. Trotz des Versprechens niemals wieder einen Krieg zu fotografieren. Da waren wir in Begleitung einer französischen Truppe. Mitten auf dem Wege. Er hat ihn. Ich starb. Wir starben. Einst war ich eine Leica 3. Ich bin wiedergeboren. Nun heiße ich M. Monochrom. Ich bin wiedergiegen. Ich bin wiedergeboren. Ich bin wiedergeboren. Denn der Verbrecher war damals bei den Soldaten. ... das Fahrzeug gründerstift hast.